Musik Die Feuerwehrkampagne habe ich dadurch mitbekommen, dass ich im Ortseingang verstanden immer diese Heuwagen, wo diese Plakate drauf waren, wo da drauf stand, was passiert, wenn einer drückt und keiner kommt. Dadurch bin ich aufmerksam geworden und als Hausbesitzer macht man sich dann schon Gedanken, wenn das eigene Habung gut brennt und es kommt keiner. Ich bin viel länger in dem Ort, ich bin auch zugezogen und bin zu viel längerer Zeit hergezogen. Dann habe ich aber immer drum gedrückt und dann als das mit den Plakaten war, die die Feuerwehr aufgehängt hat und die Anzeigen, da dachte ich so, jetzt gehst du mal hin zum Tag der offenen Tür. Die haben mir so Flyer auch verteilt und dann hörst du dir das nochmal an und dann habe ich an dem Tag dann auch unterschrieben. Hier mit dem Wasser rumspritzen kannst du einen Alarm machen, kannst halt hier, macht halt Laune. Ich empfehle mich, dass jeder oder jeder hierher kommen kann, wieviel schlecht du denkst, dass dein Deutschland sein soll. Jeder kann etwas in das und du immer etwas ausführen kannst. Mein Deutschland war absolut entdeckend, als ich hier erinnahmte und es wird jeden Tag besser. Dass jeder eigentlich mal, der so ein bisschen Interesse hat an Technik hat und auch an der Gemeinschaft, so eine Ortsgemeinschaft, dass der einfach ruhig mal hier bei der Feuerwehr vorbeischauen sollte. Man muss ja nicht immer zum Fußballverein oder zum Schützenverein gehen. Die Feuerwehr bietet da auch vielfältige Möglichkeiten, um sich in einen doch relativ kleinen Ort wie Mainfeld einzubringen. Einfach mal vorbeischauen. Die Feuerwehr bietet da auch vielfältige Möglichkeiten.